Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und dann die Fähler, die ja alle hier bei mir verteilen. Und bei uns haben wir dann unser Prima, was sich da in den Front gesetzt, der Baden-Weiler und der Josef Katik. Und das haben wir dann Buhl 6 da vorne. Buhl 6 und die Alina Sujev an 5. Position. Und macht mir einfach Gas. Und versucht, da die Alina nach vorne zu bringen. Und wir da und die Teeam, auch in Langen Dritten. Und dann die Gruppe von den Menschen, die Nikolai Teeam, die Sicklinger Sveglia und der Gerhard. Da haben wir den Gerhard, der Gerhard Weinländer. Und das da in der Früh. Und jetzt kommen dann in den Kürtel zur 1000-Meter-Marke. Und die 1000-Meter-Marke, das haben wir schon mal für den Griffzeiten. Die 1000-Meter-Marke haben das 242 etwa. Und bei der Gerhard Weinländer, die 000-Meter-Marke steht. Und bei der Gerhard Weinländer steht. Und auch gleich ohne Aufgeh unabhängig. Applaus 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 Das war so ein Scheißlauch. Da ist es spannend. Da sind wir da. Heute sind wir da. Heute sind wir da.